Yo Leute, Doppelpieces, Tanzverbot, heute ein etwas eher traurigeres Video für die, die mich feiern oder wie auch immer. Wenn man meinen Kanal etwas länger verfolgt, dann hat man höchstwahrscheinlich auch wahrgenommen, dass in der Woche irgendwie Veränderungen passiert sind, vorgenommen wurden oder was auch immer. Ich als Produzent dieser Videos habe das auf jeden Fall mitbekommen. Stichwort dafür ist fast schon, ich würde nicht sagen Zwang, aber auf jeden Fall dieser Drang, Videos täglich hochladen zu müssen. Einige von euch wissen ja, dass ich mich damit selbstständig gemacht habe mit YouTube und halt dementsprechend das auch meine einzige Einnahmequelle ist, neben den Streams. Streamen kann ich momentan nicht, weil meine Mama sauer ist, weil ich immer so laut bin und die sieht es halt einfach nicht ein, dass ich dann halt 2, 3, 4 Stunden da rumschreie bis in die Nacht rein. Und deswegen bin ich auch gerade auf Wohnungssuche. Jedenfalls können das sehr viele YouTuber bestätigen, dass man dann irgendwann in so einen Trott reinkommt. Oder einfach so, ich muss ein Video hochladen, sonst fühle ich mich schlecht. Und bei mir war das wirklich so gewesen, jetzt die Woche, die ich habe YouTube angefangen mit Spaß natürlich. Und ich habe das auch bis letzte Woche, habe ich auch noch wirklich Spaß daran gehabt, Videos zu machen und diese ganzen Leute wegzuficken und was auch immer. Aber jetzt letzte Woche, das war eigentlich, also natürlich stehe ich hinter dem, was ich in der letzten Woche gesagt habe, aber ich muss einfach zugeben, das war, da war viel mehr Zwang als sonst nötig. Wenn ihr versteht, was ich meine und das gehört für mich auch, wenn ich davon lebe, einfach nicht zu YouTube. Und deswegen nehme ich mir jetzt übers Wochenende die Auszeit, denke darüber nach, was ich machen kann, wo ich voll hinterstehe, womit ich zufrieden bin, wo ich mich nicht zwingen muss. Und deswegen, ja, tut mir wirklich leid für die, die sich daran gewöhnt haben, sich die täglichen Uploads von mir zu geben, aber ich will echt nicht so ein Spasti werden. Ich will das nicht nur das Geld deswegen tun, sondern ich will auch wirklich mit Spaß dahinter hängen. Und ich weiß, das war schon immer mein Traum gewesen, ich habe über ein Jahr lang Spaß daran gehabt und das wird auch wiederkommen, aber jetzt will ich auch einfach mal, ich weiß, meine Videos haben auch nicht viel Aufwand. Es geht einfach nur darum, dass man es trotzdem jeden Tag macht, bla bla bla, mit diesen Hintergedanken, boah, ich muss, muss irgendwie, ja, Geld verdienen oder, ja, nicht Geld, na doch, ach, ihr wisst, was ich meine. Ja, ich mache jetzt auf jeden Fall erstmal bis Montag Pause und dann werde ich gucken, ich habe jetzt das Wochenende lang Zeit, dann werde ich schön nachdenken und dann, ja, werdet ihr spätestens Montag oder Dienstag wieder was hören. Ich werde vielleicht jetzt am Wochenende noch einen Stream machen, da bin ich mir nicht sicher, sowas macht mir immer ziemlich viel Spaß, ich bin gerade auch nicht zu Hause, deswegen, mal gucken. Ich hoffe, ihr nehmt mir das nicht allzu übel, ich will mich da echt selber nicht so in diese Standard-Youtuber-Scheiße reinschieben und deswegen, ja, brauche ich die Pause jetzt einfach so. Also, ich bin jetzt ehrlich, so wie es ist, andere werden auch so denken, aber die werden es niemals in einem Video so reinpacken, weil, keine Ahnung, wie auch immer. Ich hoffe, ihr akzeptiert meine Entscheidung und dann hört man sich. Ciao.